So, heute sind wir mal etwas in der Natur unterwegs. Heute geht es in den alternativer Bärenpark Wovis, weil ich ja gerade auf Arbeit bin. Geht da gleich gut los. Eintritt 9 Euro, das passt eigentlich. So ein riesengroßes Gehege sein. So, bin ich mal gespannt wie das heute abläuft mit den Kopfhörern. Das ist das erste Video. So die Sache mit den Kopfhörern. Oh, guck mal, hier gibt es Gosch und Kronen. Können wir einfach in den Mitteln nehmen hier. Geil. Das ist in jedem Gehege. Man sieht es wahrscheinlich bestimmt nicht. So werden manche deutsche Gärten aushalten, weil sie keinen Bock mehr haben. So, da hinten irgendwo ist mein Hotel. Ich weiß gar nicht. Ich glaube da unten. Oh ja. Wo war dahin? Ach, keine Ahnung. Genau, ist auf jeden Fall super hier. Ich nehme euch einfach mal kurz mit. Zu jedem Tier erklärt ein kurzes Video. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Einfach mal so ein bisschen zu filmen. Aber live ist halt immer noch ein bisschen besser. So das Schmatzen, das Essen. Da ist schon der erste Bär. So, jetzt habe ich wieder meine Schuhe angezogen. Ich bin so eine ganze Zeit ohne Schuhe unterwegs gewesen. Was ist die Füße? Ach du Scheiße, wo geht es denn? Hier alles bekannt. Ja. Mhm. Also. Ja, schön, wenn das wirklich mal so schön sauber wäre. Ja. Ja. Ökologischen Garten. Ein paar Blümchen. Kann man mal ranlaufen. Ja, ne? Einfach machen. Ja, hier würde ich auch gerne arbeiten. Ja, hier würde ich auch gerne arbeiten. Ja, jetzt sogar Erdbeeren. Zwiebeln. Also Lauch. Ja, das sieht doch toll aus. Ach, jetzt geht es ja nicht weiter. Tolle West. Hast du doch wieder? Ja, nochmal gucken. Ja. Guck mal, muss doch hier mein Hotel sein, ne? Ja, da hinten. Ja. 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 Das liegt da drüben irgendwo. Aber ich höre nicht von den Bären oder irgendwas. Das ist halt wie zu Hause hier im Grunde. wenn man mit Fenster offen schlagen. Das geht mir absolut gar nicht. Wegen dem ganzen Tierbegras. Wie ist das? Süßkartoffeln. Oregano. Oregano. Wein. Kenne ich nicht. Wein, Reutung. Was soll denn das sein? So, ja dann. Ohne Momento. Dann bist du gleich. Wenn man dann so die großen Bären kommt. Mal sehen, ob wir einen fetten Kriesli hier sehen. So, jetzt sind wir hier auf dem Bauernhof. Sozusagen Nutztiere. Boah, was ich hier entdeckt habe. Das ist ja echt mal cool gemacht, ne? Jetzt frage ich mich, ob das hier wirklich funktioniert, ne? Oh, guck mal. Oh, die ist bestimmt laktosefrei, glutenfrei, ne? Und die andere? Toll, jetzt sind die Milch alle. Ich weiß nicht, wo man die wieder befüllen kann. Ach, da hinten. Da kommt das dann rein. Aber sind volle Wester wo muss vorne rein machen. Das ist halt so cool gemacht, ne? Gefällt mir. Tauben, Hühner. So, was haben wir noch? Ich weiß nicht, das ist nur. das sind wir da, ob sie zumachen, sonst haben wir die Tiere ab cool, dass hier so frei rumlaufen, also das finde ich echt toll gemacht, die fühlt sich aber auch wohl, guckt mal, ja vier tauben da könnte sich da jucken da oben wahrscheinlich, das gefällt mir auch immer da hätte ich mir am besten in der wochenkolle geholt so ein chicken hier mitgenommen, artgemäße taubenhaltung können wir hier reingucken, ja hier sind noch welche drinnen, ich weiß nicht ob man es sieht, da oben und da unten das ist doch cool ja, ein Hahn, kann man hier streicheln ja, guck hier, du dickes Ding scharf ja, das ist doch cool die kauen ja, die grasen ja alles weg, das ist schon hardcore oi oi oi, das klingt aber nicht gut, das ist bestimmt gleich ein bisschen zu fahren hier ja, es ist halt schön, erstmal so Nutztiere, wie das halt so alles aufgebaut ist, die haben wir wahrscheinlich mit einem Bär damals angefangen oder mit zwei Bären, ich habe mir das jetzt nicht genau durchgelesen und dann ging das hier sein so, und jetzt sehen wir hier, wer hier alles so lebt der Katja, der Goni, der Jimmy, der Adena, Laura, Max, Petro, Dagi, Pardo, Doro, Ronja, ah da gibt es gar 12 und der ist schön Mischling mhm auf den bin ich gespannt ja, ne das ist ja auch schon christlicher, europäischer Braunbär halleluja das ist aber ein Klobido mittelgroß mhm aber bis jetzt sehe ich ja noch nichts mhm, mal gucken so, was gibt es hier Nüsse oder was was, äh was frisst der Bär mhm kann man das hier drehen um ah kann man hier Ameisen Watzeln Sträucher ja, als ob sowas in der Natur gibt Gemüse das ist ja nur, dass ich nur einheimisch hier ja, das auf jeden Fall auch Lachs und Honig Nüsse ja das ist cool so, ne das ist echt so für Kinder ja gut, was sollen wir auf dem Dorf sonst alle so machen, ne das ist ja das nächste ah Bären der Welt guck einer an guck einer an so ganz kurz bloß und jetzt im Sommer und jetzt im Sommer also im Winter ganz, ganz langsam und im Sommer so wie wir, ne fast ja, nicht so wie wir aber ja, wie kann man sagen mhm halt ein bisschen schneller aber habe ich nicht gedacht ich dachte, die haben auch so einen Rückenbus wie wir so jetzt gibt es hier ach Frühlingstiere Sommer, Herbst, Winter Beutetiere des Wolfs mhm alles klar was essen die alle Wolfsspuren habe ich nicht gesehen Bär und Wolf hab ich auch nicht gesehen ich glaube hier kommen schon gleich die ersten Bären ach hier ja deswegen sind wir hier so alternativ Bärenpark so hier der Luchs seh ich nicht die stehen hier schon alle Vorsicht Elektrozaun na glaub ich doch nicht wenn hier hier das ist doch das nirgendwo eh noch mal an also ich seh hier nichts da hinten gehen wir mal dahinter ja mal ein schöner Wolf ein riesengroßes Gehege hier ne also mein lieber Mann ist nicht irgendwie so eingespatt oder sowas sieht es wohl wieder aus wie Jurassic Park hier aber wieso auch seinen Zweck abholen wenn wir hier hinten sind weiss ich wir haben halt mal Ausgangsaal was machen was cool aber nur einer ne der schläft ein bisschen der wird bestimmt gleich wach wenn die ganzen neid menschlich halt nicht normal ich hab halt eben eine klatsche aber trotzdem nette Leute ja dann gehen wir mal jetzt hier lang wo steht ein Tunnel Wahnsinn ne da ist er boah stell dir mal vor so ein Ding das steht auch immer mitten im Wald vor dir da hast du doch da ist aber auch die Arschkarte ne ja Holzameisen glänzende Holzameisen ich bin ja wegen Bären da da sind alle tot aber die ah flatt ist er ne also ich hab da schon zu tun so ein bisschen her also ich musste schon ganz schönes Tempo hat er drauf der kleine Mann da ist wieder so eine Karte da können wir uns auch noch mal angucken vielleicht auf der anderen Seite da haben wir ja bloß den Wolf gesehen oder hier Wald 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 ah da unten gibt es Essen da sind wir und wir laufen jetzt hier komplett den Wald an guck mal da liegt er da hinten so und jetzt kommen wir mal wo der Bär ist das nehmen wir schon wieder weg ach da hinten das ist echt übelst cool hier und schön kleinen Teich Lachse sind da besonders gerne ey Digga ja schön ja da ist der genau hinter dem Gebäsch na Johnny weiß gar nicht ob das Johnny hier war da kommt er ja hier vorne lang gelaufen mal gucken na wir haben auch Glück prachtig ne schönes Fell bye bye ganz lange ganz lange muss ich gleich sein scheiße ich hab mich gebrochen wir haben auch so ihre Trampelfarbe hier ne und da unten ist noch so einer die sehen auch nicht so glücklich aus ach scheiße ja das ist halt so so Krankheiten ne da sieht man es halt sie gehören halt nicht eingesperrt sie gehören halt wirklich in die Natur das ist halt nicht normal es ist echt traurig dass man halt sowas sieht aber irgendwann sind wir auch mal in solchen Gehegen wenn dann die wie sagt man so schön dann hat er bissl einen weg ne da tanzt der Schuss der hier gleich sagt ey ich geh jetzt selbstmord oder was was ist halt scheiße aber da kommt es halt aus der Gefangenschaft im Grunde genommen und ja hat es halt noch so drin weiß ich irgendwas stimmt mit dem Hase nicht hm oh jetzt jetzt ist es gut oh das sieht ganz krank aus ja weiter gehts was was haben wir hier gleich sieht man ja jetzt mal was ein bissl nope ah jetzt kommt aber rüber hallo naja dann sieht man nochmal die kleinen süßen Maschbeeren aber sie sehen die eigentlich nicht so aus ne hm ich glaube die haben ja viel zu wenig Essen hier ja er hat auch schon mal den Weg behauen aber was macht der hm wer weiß wenn ich jetzt hier eine Süße rausholen da rasten die bestimmt immer aus oh guck mal die wollen die zu machen ja wo sind die eh jetzt kommen sie alle hier die alle hier da drinnen sind in dem Häuschen die als Tierstelle wo sie alle rausjagen die müssen ja erst mal rum gießen ne ey das ist ja Wahnsinn das geht alles ein ja hier sind sogar da alle sich so und oh der dicke fette Hummel joo also ja am Anfang war es was cool aber irgendwie so im Nachhinein denken sich hm schwierig ne ja ja süße Bubis guckt mal hier ja komm küsst euch nochmal komm 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 schnuddin ja wohl nicht zahle ja 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 das ist ein prachtig ne aber Clara hat ja schon wieder so gepisst ab mit solchen Dingen Krachen ja ja da wieua ja ja jetzt wird es interessant was geschieht mit kragen werden auch so genannten bärenfarmen sie werden auf der haus oder war so geschützt und ich sage mal b c quälerei jetzt zieht euch das mal rein wer trinkt bitteschön sowas krasse scheiße galle bärfarm faktenzahlen ja das ist das super das habe ich schon mal leben noch nie gesehen so ich glaube hier oben ich weiß nicht ob es hier oben noch irgendwo was gibt jetzt kommt wieder so ein auto wie einer am bruno bruno ist tot ja gut wenn man jetzt kurz zurückspult warum er gestorben ist irgendwie sowas halb ja es ist schon nicht einfach aber hier sieht ja nichts schade ich dachte der lebt noch ja ich denke mal das war es dann eigentlich schon so ein bisschen hier es gibt bestimmt übelst lang das video aber ist egal wir haben ja zeit so ein bisschen mal erkundung sagt wenn du uns rumgequatscht lasst ein abo da und ein däumchen wir würden uns freuen und ciao kakao